Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ihr könnt es schon erkennen, das Spotlight ist an. Ja, wir stehen hier heute voll im Fokus und zwar auf 34 Metern. Die Sonne geht da hinten schon so langsam am Horizont auf und wir stehen mittendrauf, ja wirklich mittendrauf. Was heute ansteht ist ein Köder-Test und zwar testen wir mal wieder seit längerem den Depperpöck. Und zwar unter sehr speziellen Bedingungen, denn das Nordmeer ist besonders warm in den nächsten Stunden und Tagen. Und wenn wir uns das einmal auf der Wetterkarte anschauen, dann sehen wir hier über 10 Grad, sogar über 12 Grad, nämlich 13 Grad in mehreren aufeinanderfolgenden Stunden. Das Ganze teils Sonne, Wolken verhangen, teils aber auch regnerisch. Und das ist ein sehr spezielles Klima, finde ich, hier fürs Nordmeer. Fast schon ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Ich kenne das ja von anderen Gebieten. Wenn die Tunguska zum Beispiel so ihren gewissen Grad überschritten hat, dann geht da meistens nichts mehr. Wir werden uns heute mal anschauen, ob das hier am Nordmeer genauso gilt. Gerade auf 34 Metern kann es sein, dass dieser Zustand besonders reinkickt. Denn, sind wir mal ehrlich, normalerweise, wenn wir auf 170, 180, 190 Metern angeln und da auf Grund runtergehen, ist das eigentlich nicht so federführend der Unterschied, weil da unten ist es eh kalt. Aber hier auf 34 Metern könnte das Ganze interessant werden. Und deswegen, wir schauen uns das Ganze mal in Ruhe an. Mein Setup für heute sieht im Übrigen wie folgt aus. Der Depperpilg, den ich mir ausgesucht habe, ich mache mal ein bisschen Licht an, erkennt man es besser, wird geführt auf einer Montage mit schwarzen Elementen. Ja, vor allem die Haken sind schwarz. Wir gucken mal rein. Wir haben jetzt hier ein etwas, etwas größeres Setup drauf. Mittlere Bootsroute und Imperial mit 110 zu 113 Kilo. Einfach auf Nummer sicher zu gehen. Übrigens ist es Beifänger frei. Ich habe mich heute dafür entschieden, das Ganze wirklich nur mit dem Depperpilg zu testen. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen öde dadurch wird. Zumindest, dass die Fische nicht so in der Zahl zusammenkommen, wie es eventuell mit Beifängern der Fall wäre. Nichtsdestotrotz, das wird heute getestet. Ihr seht schon die schwarzen Elemente hier, der MR-Series, 3-0er Haken und eine schwarze Rassel. Dann habe ich hier, schaut euch das mal an, das hat so eine Knochenoptik irgendwie, so ein bisschen Knochenporös oder Hölzern. Das Ganze mit einem schönen, fetten 3-0er Haken, und zwar von Ethalon. Schwierigkeit beim Depperpilg ist die, dass wir vom Standardwegen her einen 2-0er Puschel Ultra-Trepple drauf haben. Ich bin persönlich jetzt am Nordmehr nicht so der Ultra-Trepple-Fan, wenn es um die größeren Fische geht. Deswegen habe ich mir gedacht, packst du den Ethalon drauf, der schafft mal ein bisschen mehr, der sieht ein bisschen einprägsamer aus und natürlich zudem dann noch einen entsprechenden Zusatzhaken. Es gab auch die Möglichkeit, hier bis 4-0 zu gehen und da mit OFS zu arbeiten, aber naja, ich sage mal so, die TriStar weniger ausschlitzfreundlichen Haken sind ab 5-0 erst verfügbar. OFS hatten wir jetzt vor kurzem auf 170 Meter erst wieder vermehrt, leider Ausschlitzer dabei. Deswegen habe ich dann gesagt, gut, pass auf, nehmen wir halt einen Ethalon und packen dann noch einen Zusatzhaken hier drauf, der dann optisch so ein bisschen an den Rest vom Schützenfest angepasst ist, sprich hier in dem Fall auf das schwarze Setup. Schwarzer Ethalon, schwarzer Zusatzhaken, schwarze Rassel. Das Ganze noch mit einem Köhlerfilet bestückt. Hier gab es leider keine schwarzen Optionen bei den Tubes und Squid ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam, deswegen habe ich das da weggelassen, reicht ja auch mit einer Rassel. Gut, ihr Lieben, jetzt ist mittlerweile schon Tag, so viel habe ich schon geschwafelt, dann würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und hauen das Ding mal auf Grund runter. Schauen wir mal, was sich auf diese Konstellation so meldet. Let's go! Wir sind, ja, wie immer, wie so oft, wenn ich hier die Einleitung spreche, sind wir auf Grund angekommen. Ja, natürlich. Und wir fangen mal an mit Pilken. Ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich erst mal normal pilken. Das sollte erst mal ausreichen und dann gucken wir einfach, was sich da drauf einstellt. Erst mal klein anfangen. Man könnte es auch in Grundnähe hängen lassen, das ist ehrlich gesagt nicht mein Ziel für heute. Leichtes und starkes Pilken sollen es werden. Und, ja, was dann halt kommt, das kommt. Ich gehe davon aus, dass wir sehr viel Mainstream-Fische hier erwarten dürfen. Zumindest, wenn überhaupt was beißt. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie sich das bei den Temperaturen äußert. Jetzt so, wenn es noch früher am Morgen ist, da kann ich mir vorstellen, wird es noch mit Bissen gehen. Wie das zum Nachmittag Kindern aussieht, das vermag ich vorab nicht zu sagen. Da kann ich euch keine genauen Infos zu geben. Denn, wie gesagt, warme Temperaturen am Nordmeer sind für mich persönlich immer noch so ein bisschen, ja, Grauzone nennt man es, glaube ich, nicht. Aber so ein bisschen Niemandsland. Da habe ich noch wenig Informationen drüber. Dementsprechend, wir fangen mal mit dem ersten Fisch einfach an, ganz gemütlich. Da kommt erstmal ein Köhler nach oben. Ganz gewohnt standardisiert tatsächlich. Ja, was wollte ich noch sagen zu dem Thema? Ja, Depperpilg hat sich bisher bei uns ja nicht ganz so oft in den Tests widerspiegeln können. Ich glaube, wir haben ein, maximal zweimal das Ganze getestet. Jetzt in 157 Folgen. Dementsprechend durchaus Potenzial, das Ganze noch ein bisschen nachzuholen. Im Übrigen auch ruhig mal in verschiedenen Farben und Größen. Denn da gibt es ja auch, ähnlich wie beim Lurker, ganz unterschiedliche Gewichtsklassen und dann die entsprechenden Farbgebungen auch dazu. Wäre vielleicht sogar eine Idee für einen Serientest. Wenn ihr da Interesse dran habt und mal sehen wollt, wie sich Depperpilg in einem Serientest schlägt, dann gebt das auf jeden Fall gerne wieder in den Kommentaren. Und am besten, falls ihr da Interesse dran habt, auch wo wir das Ganze testen mögen. Wenn es geht, bitte nicht unter 80 Meter. Das wird sonst ein bisschen zu krass für die Testzeit. Aber das würde ich auf jeden Fall auch mal machen, ja. Ich habe mir vorhin auch noch mal extra die Beschreibung zum Depperpilg durchgelesen. Es ist also auch so, dass da durchaus auch mal größere Fische drauf einsteigen können. Das ist jetzt die Frage, ob sie das in diesem Test tun werden. Aber es ist nicht maßgeblich, das Ziel jetzt da die Größten der Größten dran zu kriegen. Auch wenn wir mit unserem Setup da durchaus ein gutes Stück mithalten können. Wir gucken erst mal. In dem Hintergrund würde ich sagen, ist sogar starkes Pilken vermutlich dann besser, wenn wir in die Richtung wollen. Wir können es testen. Wir machen mal so, mal so am besten. Und je nachdem, wo sich mehr Bisse einstellen, das können wir dann auch zugrunde legen. Am Ende des Tages stehen wir dann im Hafen und schauen uns an, was bei rumkam. Es ist halt schwierig, immer vorab einzuschätzen, wie wird die Session laufen. Nun bin ich ehrlich, habe ich heute auch den ganzen Tag über viele andere Sachen noch zu tun gehabt. Es war heute kein Livestream ausnahmsweise. Und dementsprechend auch die Zeit anderweitig genutzt. Jetzt so etwas später am Abend bin ich praktisch dabei. Das eine Video für heute, äh für gestern ist gerade rausgekommen. Und jetzt sitze ich gerade an dem, was ihr dann als nächstes sehen werdet. Ja, wir schauen einfach mal. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber dann habe ich hier mit euch mal gestanden und ihr wisst, okay, auf die Konstellation brauchen wir uns das hier schon mal nicht zu geben. In den meisten Fällen dürfte es sowieso interessant genug sein, die Tatsache, dass wir heute hier bei warmen Temperaturen angeln. Ähm, es kann natürlich schon wieder ganz anders aussehen, wenn es kühler ist. Aber erstmal brauche ich ja überhaupt ein Bild von der Situation, wie sie jetzt hier zu den geänderten Temperaturen so steht. Ähm, klar, wenn der Köder unten ankommt, ich werde auch wieder warten, bis das Ganze verschwindet. Äh, ganz normal, ganz gewohnt. Und erst dann anfangen hier zu arbeiten mit den, mit den Pilgvorgängen. Das kann man auch variieren natürlich. Ich empfehle euch, probiert beides mal aus. Lasst ihn einfach mal runter sinken. Guckt euch mal an, wie der sich verhält. Oder lasst ihn unten ankommen und fangt direkt an, das Ding wieder aufzukurbeln. Beide Möglichkeiten geben Bisse normalerweise. Ist halt immer die Frage, gegebene Zeit, gegebener Ort, gegebenes Setup, wie verhält sich das? Das werdet ihr rausfinden, denke ich. Aber auf jeden Fall bleibt offen für alle möglichen Vorgänge, die ihr so üblicherweise durchtestet. Das ist immer der beste Hinweis, den ich an der Stelle geben kann, um erstmal einen Überblick sich zu verschaffen. Jetzt haben wir wieder was. Und das macht ein bisschen mehr Druck. Das könnte jetzt der besagte Lump sein. Wir gucken mal. Mich würde es ja persönlich freuen, wenn wir sowas ganz abgespacedes reinkriegen würden mal wieder. So wie Seehase oder was haben wir auf dem Bereich denn noch? Neun Fischen. Ja, sowas Flunderartiges. Gut, Flunder ist jetzt just das, was wir nicht hier haben. Klische, Doggerschabe. Wobei das wahrscheinlich eher weniger aus einer dieser Quellen stammen wird. Da geht es doch tatsächlich in die Bremse rein. Müssen wir es schon zumachen. Das lädt jetzt ein, ein Kabeljau zu sein, der gar nicht mal so riesig ist. Oder vielleicht ein Lump mit um die 10 Kilo plus. Wenn ich raten müsste. Am Ende sagt uns in 5 Metern das Ergebnis, es ist tatsächlich ein Kabeljau mit unter 10 Kilo. Sehen wir also, dafür haben wir wieder mal den Timer angestellt. Übliches Ergebnis kennt man. Ist leider ein bisschen enttäuschend. Aber mit 9 Kilo, lass mich mal überlegen, wie weit kommen wir da. 30, 40 Silber, denke ich mal, sind drin. 30, 40 Silber, die ersten 5 Minuten haben wir. Eigentlich ganz okay, so 3 Fische in 5 Minuten erstmal. Aber ich meine, wir reden erstens von 34 Metern. Und zweitens natürlich die Tatsache, dass wir schon uns ein bisschen anstrengen müssen, um überhaupt Fische reinzukriegen. Macht erstmal skeptisch, aber wir sollten nie vergessen, darüber nachzudenken, dass das auch durchaus Potenziale und Optionen mit sich bringt, damit zu angeln. Gerade jetzt mit den neuen Fischen. Ich habe sehr ehrlich gesagt noch nicht mit Dabberpilk geangelt, seit die das Nordmeer 2.0 sozusagen um die 12 weiteren Fische erweitert haben. Dementsprechend werde ich einen Teufel tun und den jetzt schon vorab irgendwie beurteilen, wenn ich noch nicht weiß, was der innerhalb einer Stunde hier zu bringen vermag. Aber auf jeden Fall ist Shell-Fisch und Kabeljau dabei. Schon eher Mainstream-Fische, aber das heißt, wie gesagt, für mich nichts. Schaut da mal da, das ist jetzt ein sehr kleiner Biss. Darf ich wohl Hoffnung haben, dass wir da eine Muschel an der Angel haben? Es wäre immerhin denkbar. Ansonsten nehme ich auch gerne 180 Gramm Wittling, wenn das nicht anders geht. Aber da muss ich nochmal nachlegen. Das wird so nicht reichen. Ah, guckt mal, da gibt es doch noch eine Muschel. Und zwar eine isländische Kammmuschel. Die kann man zumindest mal weiterverarbeiten, wenn sie auch nicht groß genug ist, um sie zu verkaufen. Auf Dabberpilk also. Und wir machen weiter mit einer isländischen Kammmuschel. Diesmal 157 Gramm Nanu. Was haben wir denn hier jetzt? Was ist denn hier jetzt los? Ist schon die zweite innerhalb von drei Minuten. Ah, interessant. Bleiben wir da mal dran. Auf jeden Fall gleich mal 100 Gramm mehr. Nee, gar nicht. Das Doppelte etwa. Etwas mehr als das Doppelte. Dadurch ein Häkchen. Und wir gucken mal, ob wir damit vielleicht einen guten Verkaufswert auch erzielen können. Sicherlich bietet es sich hier auch an, einfach zu sagen, okay, passt auf, wir nehmen die jetzt her und verarbeiten sie. Bei der untermaßigen würde ich das auch nahe empfehlen. Wenn ihr allerdings sagt, ach, brauche ich jetzt nicht unbedingt zu haben als Köder, dann würde ich auf jeden Fall sagen, verkauft schon mal die maßige. Wenn ihr mehrere davon kriegen solltet, was natürlich nicht unbedingt garantiert ist hier an der Stelle. Ja, schaut einfach mal. Aber, da wackelt es ein bisschen. Wir machen weiter mit Aalmutter. Ehrlich gesagt, ja, sehr viele kleine Bisse, aber mit sehr gutem Potenzial dahinter. Die ging also auch auf Depperpilg, muss ich mir mal merken. Bisher hauptsächlich auf Maggots und auf Schaumgummifische realisiert die Aalmutter. Depperpilg überrascht mich da ein bisschen, sehe, gebe ich zu, aber ist auch auf jeden Fall eine nette Überraschung. Wenngleich ich doch ein bisschen mehr mich auf die Muscheln freue, wenn ich ehrlich bin. Da kommt doch ein Kabeljau nach oben, siehste. Wieder so ein Kandidat wie vorhin, diesmal allerdings mit 14 Kilo, der sah längst nicht so aus. Das muss ich dazu sagen. Aber der steigt auch immer mal wieder ein, ja. Der kann auch nicht ohne den Depperpilg aus. Doch, das sieht nach Kabel ja aus. Ganz sicher sogar. Die Frage ist, hat er mehr als 14 Kilo? Ich würde es mir ja wünschen. Ja, 19. Den Unterschied hat man gemerkt von 5 Kilo. Definitiv. Und für eine Minute rausgekurbelt geht auch klar. Aber dem müssen wir auch fest auf Depperpilg einplanen. Das geht gar nicht anders. Okay, hier haben wir noch mal etwas mehr Druck diesmal drauf. Es wird so wieder Richtung Kabeljau rausgehen. Nach dem ersten Eindruck. Aber wahrscheinlich erst mal wieder nur so in Richtung 5 bis 6 Kilo. So traurig das auch wäre. Aber ich lasse mich auch gerne auf Überraschungen ein. Wir haben ja vorhin auch Scholle schon gezogen. Vielleicht hängt ja sowas dran. Vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht man Shellfisch in einem guten Größenverhältnis. Wir gucken einfach mal, was Depperpilg heute an die Angel gebracht hat. Und zwar kommt da... Was kommt? Ich sehe es noch nicht. Doch, doch. Da zeichnet sich was ab. Es ist interessant, was wir da haben. Schaut mal genau hin. 2,9 Kilo Sternrochen. Das ist schön und unerwartet zugegeben. Auf Depperpilg also. Ja, 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 ja. Gerne. Gerne. Wird uns auf jeden Fall helfen. Hat sich auch gut schwer gemacht, der Kollege. Das ist doch für einen Beifänger freien Ausflug heute gar nicht so verkehrt bisher. Das ist genau der Grund, weswegen ich sage, Depperpilg braucht auf jeden Fall weitere Chancen. Weil damit nämlich sowas auch scheinbar dran geht. Und das ist ja durchaus interessant für uns. Auch so zur Abendstunde hin jetzt eher vermehrt, ne? Da gibt es nochmal ein 3 Kilo Shellfisch. Auch schön nach den ganzen Winzlingen. Ich denke, das hat jetzt maßgeblich mit der Abendstunde zu tun, auf die wir hinzusteuern. So kurz vor Ende kriege ich nochmal ein paar Geschenke an die Angel, kann man sagen. Ja, aber ist doch nicht verkehrt. Lässt sich auf jeden Fall bisher ganz gut anschauen. Ja, es ist doch mal eine schöne Klische. Am Abend, am späterem Abend mit 978 Gramm. Ja, herrlich. Ist zwar jetzt erst die erste, aber in einer guten Größe auf jeden Fall. Und damit machen wir weiter. Guck mal da, was da noch kommt. Eine Doggerschabe mit 1,8 Kilo. Wow. Das ist ja eine schöne Größe nochmal. Sehr, sehr cool. Das ist eine nette Überraschung. Damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Aber alles, was so plattfischartig ist, das können wir scheinbar hier mit einplanen. Auf dem... Ich habe schon wieder den Namen für Depperpilk. Genau. So, hier haben wir was ganz Kleines. Ich hoffe auf Aalmutter oder Muschel. Kommen wir vielleicht doch noch an unsere 30 Fische ran, wenn wir Glück haben. Da kriegen wir... Nochmal ein Wittling. Ist das ein Quoten-Wittling? Hier 180 Gramm. Da oben 180 Gramm. Ich glaube ja schon fast, das ist irgend so eine Verschwörung. Die 180 Gramm Wittling-Verschwörung, Leute. Ich wollte eigentlich nur gemütlich übers Boot drüber stiefeln. Offensichtlich hat das gleich wieder für einen Biss gereicht. Dann gucken wir mal, ob da wieder ein Untermaß-Schellfisch dranhängt oder wir überrascht werden. Ich bin bereit für Überraschungen. Wir kriegen einen Untermaß-Schellfisch. Okay. Schade. Genau das Gegenteil. Aber das ist leider so, Herrschaften. Man stelle sich vor, man könnte diese ganzen kleinen Schellfische gegen irgendwas anderes machen. Ich glaube, wir würden sehr gut dastehen mit dem Kescher. Also, wo der Seeskorpion fehlt, ist der Schellfisch vorhanden. Leider auch ein bisschen klein. Das gleicht sich da wohl wieder ein bisschen aus. Aber ich sage mal, lieber Schellfisch als Seeskorpion. Für mich persönlich. Weil einfach auch ein kleiner Schellfisch noch recht hübsch aussieht, während so ein Seeskorpion im Untermaß eher wie ein gerupftes Hühnchen wirkt. Da ist meine persönliche Meinung klar. Was sagt die Zeit? Wir haben noch eine Minute. Ich würde sagen, für einen Abschiedsfisch reicht das noch. Kommen wir zwar nicht ganz auf 30, aber mit 29 Fischen möchte ich mich auch gern zufrieden geben. Bin gleich da, wie gesagt, auch leider Untermaß dabei ist. Aber das bleibt nun mal nicht aus. Und dafür angeln wir jetzt Beifinger frei. Ich denke mal, wir werden ein brauchbares Ergebnis auf die Stunde zusammenkriegen. Das ist so meine bisherige Einschätzung. Gucken wir einfach mal. Möge der letzte Fisch nun bitte beißen. Danke. Wow. Auch noch auf Stichwort hier. Ist ja erstaunlich. Dann holen wir uns den mal hoch. Das wirkt jetzt erstmal nicht wie Kabeljau, wenn ich ehrlich sein darf. Könnte nochmal ein schöner Schellfisch sein. Vielleicht drei Kilo. Gucken wir einfach mal, ob wir Glück haben. Zehn Meter noch. Es ist besser als ein Schellfisch, Leute. Es ist nochmal ein Sternrochen. Leider ein bisschen untermaßig mit 900 Gramm. Aber ist ja auch interessant, oder? Zwei Sternrochen innerhalb einer Session auf Beifänger freien Depperpilg. Das wirft auf jeden Fall interessantes Bild auf den Spot, finde ich persönlich. Genauso die Muschel und hier die Klischen-Doggerschaben-Kombination. Wir gucken mal, was unser Verkauf sagt. Den Piet habe ich vorhin schon hochgerufen. Der steht schon hinter uns. Zum Glück steht er hinter uns und ist nicht abgetrieben. Piet, der Fischmarkt bitte. Zeig uns doch mal nach Preisen sortiert, was es hier so gibt. Und da sehen wir schon direkt mal, Sternrochen und Kammuschel räumen hier ordentlich das Feld auf. Danach die Dockerschabe mit 1,8 Kilo für 50 Silber. Die beiden, nein, die Dreikabeljau, die wir gezogen hatten, alle unter 20 Kilo, aber alle mit einem ordentlichen Silberbetrag. Dann nochmal eine Klische mit 27. Ja, da kommt ein bisschen was auf jeden Fall zusammen. Reicht es denn für eine brauchbare Stunde? Wir gucken mal rein. Die Stundenresultate sagen uns 432 Silber. Und ich finde, das ist für ein Beifängerfreies Angeln gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich, probiert das mal aus. Vielleicht habt ihr ja auch einen interessanten Spot und kommt sogar noch an ein paar mehr Muscheln oder Rochen dran. Das würde ich auf jeden Fall hier als interessante Option für das Beifängerfreie Angeln bezeichnen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.